Ja, äh, ich weiß gar nicht, ob sie es schon gehört haben, aber jetzt geht es gegen Zerk, ja, sensationell, sensationell. Ich werde also wieder ordentlich langsam rumgimpen, bis du hast das neue Ziel und... Ich spiel Protoss, wer hat denn sich das ausgesucht? Ich hab das falsche... oh, weak. Na gut. Also, dann spiel ich jetzt mal Protoss und, ja, dann ist es wirklich ein Let's Fae. Hm, pff, normalerweise spiel ich ja mit Vorlieben Terra, aber das soll wohl gerade nicht so sein. Sieht so aus mit Krono-Boost, hast du noch nicht, ne? Zeitschleifer. Kann das sein, dass das rukelt? Ganz, ganz, kann das sein, dass es ein bisschen scheiße ist? Ja, das kann, glaub ich, sein. So! Knall das mal hier ein, rein! Och, das war nötig. So! Und, ja, kommt der Nächste und... Ach ja, genau, ja! So viel in Sachen, ne, ich spiel sonst Terra. Äh, guck mal nach. Ne, hier. Ne, du gehst mal hier hin und dann gehst du wieder zurück. So! Und, ja, baust du oder baust du nicht? Ne, du baust nicht! Hier wirst zusätzliche Blüten machen! Ja, ja! Ja, ja! Ähm, Assimilator. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Braust du hier jetzt Assimilator? Ich raste aus. Du, 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 du kommst... Wo geht denn das hier runter? Hier! Och, Weak! Oh, was macht der Kleine? Ah, nicht für den Mondsturm. Aha! Georg! Das habe ich genau gesehen. So, du... Ja. Äh, gib mir. So. Ich wollte jetzt mal in die Knessel gehen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wieso? Mach doch nur! Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, da steht noch nicht. Äh, dann... Wir erst mal hier. Dann gehst du hier. Und du gehst mal hier. Und da. Ich will es nur immer auf den... Ich fand den... Oh, du hast auf die Schnitzelkrieg. Da war keiner, gell? Dann geh doch mal hier. Geh mal hier hin. Und dann... Guckst du mal hier hin. Ja. Und dann gehst du gefälligst hier mal rein. So. Als heutige Arbeiter, einer. Einer. Hier. Es ist eine dumme Sonde. D-D-Drones. So. Hier. Ähm. Ja. Gehst du mal hier raus, damit ich dich mal ein bisschen vermocken kann. Wo kommen die... Gibt es noch einen anderen Zugang? Ne, gibt es nicht. Ne? Ist doch gut. Was ist denn los? Wieso kommt denn hier, kleiner? Ja. Wie krass da was. Kommst du her? Oh. Oh, ich finde ich gut. Ich finde ich gut. Ich bin hier noch ein hin. Und die Forge ist... Fertig, jawoll. Jetzt können wir hier gleich noch was hinbauen. Nein. Okay, es ist jetzt einfach mal sammeln. Und du holst bitte die ersten Bersi raus. Und gehen gleich auf Upgrade. So. Die erste Lampe machen wir an. Und zwar geht die... Was? So. Hast du jemanden entdeckt? Nein, hast du nicht. Spiel ich alleine? Das wäre so. Wo warst du denn jetzt? Hier? Und hier? Und hier? Und hier? Hier, wo warst du nicht? Hm, naja gut. Mein Leben für die Horde. So. Und hier ist nämlich mein schöner Spot. Das Ding haben zu klatschen. Hier, klatsch mal. Okay. So. Und dann gehst du mal hier. Und hier sind immer noch nur zwei Arbeiter dran. Das heißt... Und hier geht's dann da. Schmied er läuft und... Und... Chronoboost... Chronoboost kriegt die Forge. Und... Und... Und hier... Hier. Hier. Und schlucktrinken. Oh. Ah, so. So... 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 Ersen... Und... Ah... Ja... Wir haben einen kleinen Kroneboost. Und... Ich gebe jetzt bitte noch eine Drohne ab... Und... Da wussten wir... Die... Boten... Veranserung! So! Dann kommt er auf Wald Warp Gate Tech, sobald der Kybernaetik fertig ist. Jetzt hat der Sack hier gar keiner... Nein... Warte... Warte... Hat er nicht hingebaut, gell? So... Warp Gate Tech geht raus... Und... Das wird auch gleich gekrono-boostet. So... Und dann können wir mal sehen... Was ist hier? Was geht hier? Was geht hier? Nein, das wollen wir nicht hier. Hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und dann gucken wir mal wie es aussehen wird. Jawohl. So... Genau das Leben wollen wir führen. So... Dann müssen wir mal sehen... Wie wir das mal weiß, ob das klappt. Ich bin hier, in den Schaden. Mein Leben für Ajo. Eure Sonden werden angegriffen. Kalt ist die Liga. Oh... ähm... Ja, ich glaube... ähm... Ja. Ich hoffe, die hat sich dann ja schon, äh, erledigt. Ach. Die Basis wird angegriffen. Ach, das kommt nochmal drauf. Ja. 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 Das war ja schon ein bisschen knapp jetzt Bitte alle hier Geht ihr das hin? Ihr seid noch hier am wandern Geht ihr das hin? Nur einer? Nein! Mein Leben für Ajur! Was ist los? Sollts ran? So dein Leben also auch für Ajur und du weißt es hier So Und ähm Probieren wir jetzt noch mal aus Geht's mal bitte Hier So erstmal muss ich hier die Basis ein bisschen sehen Geht's mal her Ich kann jetzt mal nur kennen hier Das rast sich aus Mein Leben für Ajur Du Bosse So So Ich bin hier in den Schatten Ich bin hier in den Schatten So Ich bin hier in den Schatten Ich bin hier in den Schatten Die Auf Geht's mal Alles gleich, so, dann wissen wir ja Bescheid, Nexus Nr. 2 ist auf dem Weg Okay Aaaaahm Ja man, du musst uns einfach raus So, du solltest bitte noch etwas tun Ich... Jetzt müssen wir hier ein bisschen Safety reinbringen in die Bude Dann läuft das nämlich schon ganz anders Ihr seid auf mich angewiesen Dein Leben für alle Und Halluzination... Also, wie gesagt, zack... Keine Ahnung So... Dann knallt sie erstmal hier hin schön Und ähm Meine Gates hier auch So Das heißt Ich bräuchte mal ein paar mehr Gates, so wie ich das sehe Nein, gibst das mal ab So Ich zieh noch einen hin Und dann gibts bitte noch Nein Okay, jetzt So Slide geht gleich runter Und Und Die Gates müssen ja Für die zwei Genau So So Soccer of Twilight Soccer Ja, Soccer So Um Da 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 Twilight Soccer Okay Wollen wir noch einen Botox? Nein, wollen wir nicht Mollen wir nicht Wollen wir nicht Fussfall Jawohl Sauber Wanne. So, ich muss das mal ganz... ...save tut die aus hier. ...dann sind die Entries rein. Ähm, die muss ich dann mal sehen, wie ich die dann mache. Ähm, da fällt... ...nö, ok. Ja, ähm, das kann... ...interessant aus. Das sieht schon ganz interessant aus. Ok, so. Am Klinkzeit, die beiden sind noch geschlossen. D.h. macht er jetzt auch aus. So, Twilight-Sante und... Ihr benötigt mehr Wespingas. Wir gehen auf... ...das, genau. Ok. So, ähm... ...wir nehmen hier mal alle rein... ...und... ...machen wir das so... ...und dann machen wir das... ...ja... 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 ...genau... ...einer. Ähm... ...gut. ...dann gehen wir mal... ...auf Berlin. ...können sowieso gleich... ...mein Leben für Ajur. Ähm, ja Ähm, ja So was angedacht, so was angedacht Und Gut, geht's Muss sehen Ich brauche eindeutig mehr Wir gehen hier eigentlich nur zwei rein Ich weiß auch was Puh Ja, dann müssen wir halt erstmal Basies warpen Und das sowieso Ah, weck, alter Anlass Zack, zack Ja Die können nur von hier rein Das ist so klein Das ist so klein Das ganze schon wieder Etwas sinnvoller So was haben wir hier Ja, das ist wahrscheinlich Das ist eigentlich nur Charger Ah, ah, ah Weck, weck Lame Oh, weck Schnell Nein Ah Ja Ja Oh Oder Hot Nein Weck Infester Weck Die kommt Ach, ich hab wieder nicht aufgepasst Ähm Ähm Sind wir auf der da? Ne Oh, weck Oder Ah Das Das war ja jetzt Richtig Toll Oder Die haben hier hinten die Äh Ist das weak Okay Ähm Jetzt gehen erstmal hier Ein paar Ähm Slots rein So Nein Du meinst Du Das war knapp Gut, dass von den Sentries keiner kaputt gegangen ist Ich bin hier In die Schatten Ich bin hier Ihr benötigt mehr Vespingar Ja, Level 3 Und George ist dann auch fast fertig So, weiter gehts Ich stelle mich ziemlich Dusselig an Und Das Völlig zu Unrecht Bitte Verurteilt mich Deswegen nicht Ich habe euch gewarnt Äh Wobei es so schön ist Mineralienfeld erschöpft Vielleicht noch eins rein So Mineralienfeld erschöpft Das gefällt mir überhaupt nicht Äh Weak Was macht ihr denn hier? Forschung abgeschossen Oh Lame Weak 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 Lame Na Hier Abbrechen Die eine kann da bleiben Ah Hier ist es Oh Hier ist es Oh 1 2 3 Ja Tut was Tut was Die Gates Die Gates Die Gates Die Gates Die Gates Nein 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 Minarangienfeld erschöpft. Gerechtigkeit wird herrschen. Oh, das ist aufrechtend. Das ist viel zu aufrechtend. Ich komme jetzt von der Seite an. Ich muss jetzt hier rein. Alter, machst du mal was? Was muss ich denn sagen? Da rein für das Schöpft. Ich weiß es nicht mehr. Hier und da. Da rein. Sehr schön. So, gleich das nächste hinterher. Alter, die Obermitte. Ah, was geht's? So, hier und da. Braucht mehr Gates. Ich bin hier. Das wäre nichts weiter. Ich bin Schattenweg. Noch eins? Hä? Was ist mit dir los? Wie? Wo spinnst du? Ja, jetzt geworfen. So, gleich. Geh mal auf. Wir müssen hier im Mitte zwei Gates. Wo sind wir die Mörchentruppe? Schön hess. Das ist echt so ein Käse. Mein Leben für Ajoa. Genau. Wir bleiben im Verborgenen. Wir bleiben im Verborgenen. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Wir bleiben im Verborgenen. Wir bleiben im Verborgenen. Wir bleiben im Verborgenen. Baaah! Definition ist die Entriebe. Weak! Ich wette man hat selten jemanden so ungut spielen sehen wie mich, kann das sein? Oh hier bitte auch mal Du auch Geht bitte auch mit zu den anderen Ich hier bitte Oh das ist nicht ganz gut Was? Was? Mein Leben für Ayur Das sind sieben Stücke Was ist euer Begehr? Ich bin immer noch auf der ersten Alter, was gehst du hier rum? Nein! Nein! Quick! Quick! Chewie Gerechtigkeit wird herrschen Genau, so Ich glaube wir müssen hier langsamer zu Potte kommen Ich glaube wir müssen hier langsamer zu Potte kommen Ich meine selber Das ist doch schwer Wie? Was ist das? Was ist das? Upgrade durchgeführt Wo? 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 Hier? Na dann Sucht euch doch was Neues Sucht euch doch was Neues Steht nicht so rum Nichts nutziger Uig Hier Ja Chronobooste Doch Nein Abbrechen Wenn man mich hier spielen sieht Denkt man bestimmt Ach du Scheiße Und Da habt ihr recht Oh Weil er kommt mittlerweile hier mit Bullies an Und ich gimpe hier immer noch Auf halb 8 So Geh mal bitte hier was schönes holen Ne Den lassen wir weg Und Und Michi Verses Und Da gehts nämlich auch schon los Eins Eins Alter Was Ich dachte das ist hier ein Schiff Warum funktioniert das nicht? Hier ist meine Schifftaste kaputt oder was? Gibt's doch nicht Meine Herren Ey Reißt euch mal an Das kann ja nicht wahr sein Ich muss mir diese scheiß Befehle ändern Los komm raus Los komm raus � hundreds Desen Emh Man Nu Man Ich komme aus den Schatten. Ich komme aus den Schatten. Angst ist... Dunkelheit bricht heran. Drück in die Schatten. Maspero Unadar. Wir können nicht standhalten. Faszinierend. Upgrade durchgeführt. Dunkelheit senkt sich ab. Kattu. Ach, naja, gut. Zurück in die Schatten. Ich sag dir jetzt meine Schatten. Das ist... Nein, das ist nicht okay. Also für jemanden, der über... Ja, guckt euch das doch an. Für jemanden, der über 1500 Replays sich angeschaut hat. Für so jemanden ist das hier absolut nicht in Ordnung. Aber es liegt daran, dass ich einfach die Tastenbefehle nicht kenne. Wenn ich mal 100 Spiele spielen würde. Wurde das bestimmt ganz anders aussehen. Aber... Ich lade es trotzdem hoch, um meine grandiose Inkompetenz einfach nochmal zum Beweis zu stellen. Ich lade es trotzdem hoch. Ich lade es trotzdem hoch. Den macht mir schön. Gut. Mit... 3 3er... Dark Tempeln. Das macht ganz schnell. Okay. Und dann... Was ist das? Gute nach. Pow! Guck!